Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier kann ich den Menschen entscheiden Doch nur weil es geht Hier ist das Ziel, hier brauche ich was blaues Hier brauche ich was rotes Wo der Kohle hier auch eingesperrt werden könnte Oh Hier ist die Hier ist die wie kriege ich ihn denn dazu loszufahren du bist rot ok noch seht ihr mich recht ratlos aber es kann sich ändern eine leiter misst das haben wir ganz schön warum kann ich hier dabei machen was auf keinen was nur das ding von denen warum brauche ich hier Okay, das ist ein langer Schritt, aber könnte funktionieren. Soll, wenn er funktionieren soll. Soll ich das klappen? Soll ich das klappen? Soll ich das klappen? Das ist aber nicht. Nein, nun. Das hat überhaupt nicht funktioniert, was ich vorher habe. Aber ich wollte jetzt den da. Also muss ich irgendwas machen, dass ich den da aufkriege. Aber was kann ich da tun, dass ich den da aufkriege? Okay, dafür brauche ich dich. Das fühlt sich irgendwie regressiv an, weil ich brauche jetzt irgendwas, was ich so verbinde. Aber irgendwie blockiert alles, was ich vorhaben. Ich setze mir jetzt zum Beispiel den Bohrer hier draus nehmen. Hier die Bohrern bohren lassen. Soll ich damit das Ding da nicht raus? Ich kann den natürlich jetzt nach drüben sitzen. Komm. Ich gehe nicht mehr raus. Soll ich jetzt ihn einfach hier hin? Wie immer die? Soll ich die? Wenn ich nicht! Aber da ist das nicht das Ding. Oder auch dasという Verlernhof. Ich bin ein glaschen, die Behörden. wie souverän ich da rein renne versteht er hier draus Oh, da haben wir doch so viel. Wie auch immer ich das vorhin gemacht habe. Ich habe da hinten schon das Ding offen. Ist aber hier schon drin. War ich noch schon drin? Ach so. 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 Hm. Oh. So. So. Geht das nicht. Hm. So. Geht das nicht. Ja. Okay. Nun aber die Frage, wie komme ich da wieder rein? Naja. Jetzt kommt man gleich die Frage, wie kriege ich dich denn? Okay, mit dem zweiten kriege ich das einfach hin. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Wie komme ich denn jetzt da rüber? Das sauber hinzukriegen. Ach man. Ja. Es ist ja so schön, wenn das so wehen würde. Ja. 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 Fällt da gerade ein Trick ein? Vielleicht klappen wir hinter Allerdings brauche ich dafür unseren Krieger wieder Jetzt hoffentlich bis zur Tür schafft Wunderbar Abfall So 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 Ich muss jetzt nur einmal bis ... Gehen, umkehren. Gehen, umkehren, umkehren, umkehren. Bin, ich muss jetzt wieder einmal kommen. Ich muss jetzt wiederholen, umkehren, umkehren zu achten. Auch wenn, also noch nicht auf die Kuhreien, umksenbevrende zu bringen. Zusammen mit einer Kuhreie. Hier ist es, wenn ich wieder mal losgeheben, umkehren oder zu wenigstens, umkehren zu denken, was ich habe hier zu tun. Um, denke ich ... Gehen, da gibt es diesen Kuhreie. Die ersten Kuhreie vor den Elen, nehmen wir. Das ein, was ich, wenn ich noch, wenn ich noch ein Kuhreie. Queen. So.